Na, wir fahren jetzt einfach mal die kleine Füße Ja, ich hab grad was überlegt Oh Juhu Das war jetzt eher eine ungeplante Leine aber die war auch recht interessant Ah, ist ja auch matschig Ja Jetzt weiß ich was ich kleppere höhe Bitte? Ich höre nicht die ganze Zeit was kleppere Jetzt weiß ich was das ist Aber die ist zu Oder? Ah ne jetzt Das hier Ich hab die ganze gerne, das hälschende Kluppe Hast du Schädel drin ne? Ah jo Ich hab's nicht zu gehabt Eben kam das so, hab ich überhaupt zu? Ah, verdammt Sorry Sorry, das war ein bisschen interessant Guten Tag Guten Tag Dankeschön Guten Tag Dankeschön Der Versuch auf den Wegen zu bleiben Alles klar Mann was? meine hand wenn sie sich wieder deine hand? ok auch nicht wieder zum götter anfangen zu sprechen was? du sollst schon das tempo fahren, wie ich dir vorgebe, weil ich weiß ja was kommt alter! was? was? ja ughh ganz ruhig, brauner danke für's him weichteile mit sattel fack it ja ja fahr genau fahr einfach fahr einfach passt such dir eine line jetzt rechts, äh links jöp 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 j Nächstes Treppeweg, oder? Tadah, elegant, elegant, aber nicht so elegant wie ich. Nein, leider nicht. Ich war schon etwas, ja. Ich sollte vielleicht dran denken, ich hab noch Schläuche drin. Oh, ich fühle mich, ich fühle mich. Hein? Beweil? Boip!